Schon seit einiger Zeit ist Sarah Lombardi mit dem 27-jährigen Fußballer Julian Büscher zusammen. Nun wagten die beiden den nächsten Schritt und zogen in ihre erste gemeinsame Wohnung. In ihrer Instagram-Story gibt Sarah ihren Fans jetzt ganz private Einblicke in das Liebesnest der beiden. Und da beginnen wir, wir stehen schon mittendrin, mit dem Schlafzimmer. Und es ist für mich der absolute Lieblingsraum überhaupt. Ich liebe diesen Raum, es ist so bemütlich und ein riesen Kleiderschrank, wie ihr seht, wo auch zum Glück sehr viel reinpasst. Auch das super niedlich eingerichtete Kinderzimmer von Sohn Alessio zeigt die Sängerin in ihrer Story. In der Wohnung sind außerdem überall Familienbilder zu sehen. Wir wünschen dem Paar in ihrer neuen Wohnung alles Gute.